Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich habe Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ich habe von dir geträumt. Ich habe von dir geträumt. Ich habe von dir geträumt. Ich habe von einer Reise 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 geträumt. Hast du schon gefrühstückt? Hast du schon gefrühstückt? Ich habe von einer Reise geträumt. Ich habe von einer Reise geträumt. Ich habe von einer Reise geträumt. Ich gehe mich duschen. Ich habe von einer Reise geträumt. Ich habe von einer Reise geträumt. Ich putze mir jetzt die Zähne. Das Frühstück sieht lecker aus. Guten Appetit! Guten Appetit! Lass es dir schmecken! 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 Der Kuchen ist ja lecker! Lass es dir schmecken! Lass es dir schmecken! Willst du ein Ei essen? Willst du ein Ei essen? Lass es dir schmecken! Ich bevorzuge Brot mit Käse! Ich bevorzuge Brot mit Käse! Ich habe keinen Hunger! Ich habe keinen Hunger! Ich habe keinen Hunger! Ich habe keinen Appetit! Ich habe keinen Appetit! Ich habe keinen Appetit! Ich habe keinen Appetit! Der Hunger treibt es rein! Der Hunger treibt es rein! Möchtest du noch eine Stulle? Möchtest du noch eine Stulle? Möchtest du noch eine Stulle? Ich möchte noch eine Stulle mit Marmelade! Ich möchte noch eine Stulle mit Marmelade! Ich möchte noch eine Stulle mit Marmelade! Eine Stulle? Eine Stulle? Eine Stulle? Eine Stulle ist eine Scheibe Brot! Eine Stulle ist eine Scheibe Brot! Eine Stulle ist eine Scheibe Brot! Interessant! 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 Bei uns sagt man eine Bämme! Bei uns sagt man eine Bämme! Bei uns sagt man eine Bämme! Wir essen morgens immer Brot! Wir essen morgens immer Brot! Wir essen morgens immer Brot! Ich mag Erdbeerjoghurt! Ich mag Erdbeerjoghurt! Ich esse gerne Milchreis! Ich esse gerne Milchreis! Ich esse gerne Milchreis! Ich esse gerne Milchreis! Meine Mutter isst zum Frühstück Honig! Meine Mutter isst zum Frühstück Honig! Meine Schwester isst frisches Obst! Meine Schwester isst frisches Obst! Meine Schwester isst frisches Obst! Mein Bruder isst Schinken! Mein Bruder isst Schinken! Mein Vater isst Rührei! Mein Vater isst Rührei! Meine Oma isst immer zwei Spiegeleier! Meine Oma isst immer zwei Spiegeleier! Meine Oma isst immer zwei Spiegeleier! Heute essen wir Linsensuppe! Heute essen wir Linsensuppe! Heute essen wir Linsensuppe! Morgen essen wir Kartoffelsuppe! Morgen essen wir Kartoffelsuppe! Morgen essen wir Kartoffelsuppe! Morgen essen wir Linsensuppe! Morgen essen wir Linsensuppe! Morgen essen wir Linsensuppe! gegessen. Meine Schwester ist Vegetarierin. Meine Schwester ist Vegetarierin. Meine Schwester ist Vegetarierin. Mein Bruder isst gerne Fisch. Mein Bruder isst gerne Fisch. Mein Vater isst sonntags immer ein Steak. Meine Mutter mag Spargel. Meine Mutter mag Spargel. Meine Mutter mag Spargel. Ich esse drei Mahlzeiten täglich. Ich esse drei Mahlzeiten täglich. Ich esse drei Mahlzeiten täglich. Ich fasste gerne. Ich fasste gerne. Ich fasste gerne. Was machst du heute? Was machst du heute? Was machst du heute? Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Schreibst du gerade einen Brief? Schreibst du gerade einen Brief? Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Er macht Liegestütze. Er macht Liegestütze. Er macht Liegestütze. Wir spielen Schach. 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 Ich kann kein Schach. Ich kann kein Schach spielen. Ich kann kein Schach spielen. Ich spiele Computerspiele. Ich spiele Computerspiele. Ich spiele Computerspiele. Wir haben keinen Computer. Wir haben keinen Computer. Wir haben eine Spielkonsole. Wir haben eine Spielkonsole. Wir haben eine Spielkonsole. Meine Eltern lesen Romane. Meine Eltern lesen Romane. Meine Schwester interessiert sich für moderne Kunst. Gestern war sie in einer Picasso-Ausstellung. Ich war gestern im Kino. Ich war gestern im Kino. Welchen Film hast du dir angesehen? Welchen Film hast du dir angesehen? Welchen Film hast du dir angesehen? Ich habe mir Fenster nach Paris angesehen. Ich habe mir Fenster nach Paris angesehen. Ich habe mir Fenster nach Paris angesehen. Das ist ein wunderschöner Film. Das ist ein wunderschöner Film. Das ist ein wunderschöner Film. Der Film ist ein wenig melancholisch. Der Film ist ein wenig melancholisch. Der Film ist ein wenig melancholisch. Die Schauspieler sind sehr begabt. 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 Du musst dir den Film unbedingt ansehen. Du musst dir den Film unbedingt ansehen. Es ist ein Film von Juri Mamin. Wo finde ich den Film? Wo finde ich den Film? Du kannst dir den Film auf YouTube anschauen. Du kannst dir den Film auf YouTube anschauen. Du kannst dir den Film auf YouTube anschauen. Ich schaue mir den Film morgen an. Ich schaue mir den Film morgen an. Ich mag Sport. Ich mag Sport. Ich mag Sport. Ich spiele gerne Tischtennis. Ich mag Fußball. Ich mag Fußball. Ich mag Fußball. Mein Bruder macht Krafttraining. Mein Bruder macht Krafttraining. Mein Bruder macht Krafttraining. Meine Schwester macht Yoga. Meine Schwester macht Yoga. Meine Schwester macht Yoga. Mein Vater spielt Schach. Mein Vater spielt Schach. Mein Vater spielt Schach. Mein Vater spielt Schach. Meine Mutter spielt Badminton. Meine Mutter spielt Badminton. Wir spielen Tennis. Wir spielen Tennis. Wir spielen Tennis. Spielt ihr Golf? Spielt ihr Golf? Spielt ihr Golf? Nein, wir spielen kein Golf. Nein, wir spielen kein Golf. Nein, wir spielen kein Golf. Mein Onkel spielt Basketball. Mein Onkel spielt Basketball. Mein Onkel spielt Basketball. Meine Brüder spielen Eishockey. Meine Brüder spielen Eishockey. Meine Schwestern spielen Billard. Meine Schwestern spielen Billard. Meine Schwestern spielen Billard. Ich treibe keinen Sport. Ich treibe keinen Sport. Ich treibe keinen Sport. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Sport ist Mord. 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 für die Gesundheit. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich esse Schokolade. Ich esse Schokolade. Ich esse Schokolade. Ich esse nur Schweizer Schokolade. Ich esse nur Schweizer Schokolade. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Ich mag kein Apfelmus. Ich mag kein Apfelmus. Ich mag kein Apfelmus. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020